Na, wann hast du das letzte Mal an deiner Qualität gezweifelt, als du dir Bilder oder Filme von dir selbst angeschaut hast? Wahrscheinlich ist das noch nicht allzu lange her und ich kann das verstehen, weil ich spreche täglich mit Fotografen und Filmemachern, die mir immer wieder dasselbe erzählen. Sie sind super perfektionistisch, schauen sich rechts und links total viel um und ja, sie machen das auch eigentlich schon seit Jahren, aber die Qualität könnte nun mal besser sein. Und solange ich jetzt noch nicht ein riesengroßes Portfolio habe, kann ich auch eben nicht gewisse Preise abrufen, kann ich noch nicht in höhere Kundenkreise reinkommen, kann ich halt auch noch nicht damit rechnen, eine planbare Auftragslage zu haben. Aber irgendwann, irgendwann bin ich vielleicht soweit und bis dahin schaue ich mir noch ein Tutorial an und mache noch eine Fortbildung für Photoshop oder, 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 oder noch einen Blitzkurs. Und lass mich dir eins gesagt sein, genau jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für dich, um zu starten, denn die allermeisten halten sich selber einfach nur ganz klein. Du bist viel, 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 viel besser als das, was du von dir selber gerade glaubst, weil es irgendwie wie so eine kleine Krankheit, die kreative Köpfe in sich tragen, dass sie, ja, so viele bunte Ideen haben und manchmal vor lauter sprudeln gar nicht mehr aufhören können, irgendwie tolle Projekte umzusetzen. Aber wenn sie dann gutes Feedback bekommen, fühlen sie sich zwar geschmeichelt und freuen sich auch darüber, aber sie selber können das irgendwie nicht so anerkennen oder wertschätzen, was sie da eigentlich schaffen können. Und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal vielleicht so ein bisschen vor dem PC saßt, bei der Nachbearbeitung der Bilder oder beim Schnitt von einem Film und dich gefragt hast, Mensch, bei dem und dem habe ich letztens was gesehen, das war viel besser. Wie könnte ich das denn wieder hinkriegen? Wie könnte ich es schaffen, noch besser zu sein? Und vielleicht verbringst du auch jeden Abend damit, dir irgendwie irgendwas anzuschauen, um dich fortzubilden oder zumindest ein paar Mal die Woche oder ein paar Mal im Monat und hältst dich dadurch klein. Denkst dir, ja gut, ich habe ja noch nicht so viel Portfolio wie mein Kollege. Ich habe ja noch nicht so und so viele Filme vorzuweisen in dem und dem Segment, als dass ich jetzt zu einem gewissen Preis das Ganze anbieten könnte. Und das ist halt ein Trugschluss, weil alleine der Punkt, dass du eine Kamera hast, weißt, wie man mit ihr umgehen sollte und in der Lage bist, das Material, was da am Ende rauskommt, professionell nachzubearbeiten. Alleine diese drei Punkte sind schon ein extremer Vorsprung gegenüber dem Otto-Normalverbraucher da draußen, der ein Handy in der Hand hat. Und alleine das sorgt dafür, dass du jetzt schon einen riesengroßen Mehrwert schaffen kannst. Natürlich könnte deine Qualität noch besser sein. Warte mal fünf oder zehn Jahre ab und vergleich dann nochmal die Bilder und Filme von heute und von dem Zeitpunkt dann. Natürlich, aber das ist doch bei jedem so. In jedem Handwerk, egal ob er Fotograf oder Filmemacher ist oder Handwerker, Maler und Lackierer. Die erste Wand, die du gestrichen hast, die wird mit Sicherheit nicht so schön aussehen wie die hundertste. Aber das ist doch ein ganz normaler Prozess. Das bedeutet aber nicht, dass du dich ständig klein halten solltest und erst warten solltest, wenn das und das passiert, dann bin ich in der Lage, das und das daraus zu machen. Hör auf damit. Es reicht. Alleine der Fakt, dass du eine Kamera hast, du in der Lage wirst, sie zu bedienen und du tolles Foto- und Filmmaterial erstellen kannst. Alleine das ist Grund genug, um genau jetzt zu überlegen, wen du als nächstes ansprechen könntest. Denn ich bin mir sicher, dass es in deinem persönlichen Umfeld genau heute noch eine Person gibt, die super gerne buchen würde, das, was du gerade machst. Also ob es jetzt Filme oder Fotos sind. Wenn du spezialisiert bist auf Hochzeiten als Beispiel, schau dich mal um. Wer in deinem Freundes- und Verwandtenkreis heiratet demnächst? Oder wo sind potenzielle Paare, die vielleicht Interesse an sowas haben könnten? Die haben auch alle noch Freunde, Familie und so weiter. Also es gibt doch so viele Menschen, die du ansprechen könntest, denen du einfach mal zeigen könntest, was du machst. Und ich bin mir sicher, dass es darunter Menschen gibt, die jetzt schon begeistert sind von dem, was du machst. Und für die das Ganze einen riesengroßen Mehrwert liefert. Also zöger doch nicht länger. Weil am Ende des Tages wird dieser Tag nie kommen, an dem du da sitzt und vollends von vorne bis hinten mit allem zufrieden bist. Weil das gehört einfach zu dir. Genauso wie die Kamera zu dir gehört, egal wo du dich hinbewegst, genauso gehört diese perfektionistische Eigenschaft vielleicht auch dazu, die dich immer ein Stück weiter nach vorne bringen möchte. Die dafür sorgt, dass du jeden Tag ein Stückchen besser wirst. Was an sich auch total positiv ist. Nur versuch dich halt nicht so auf dieses Negative oder diesen negativen Beigeschmack zu fokussieren, dass du dir denkst, ja, ach, ich warte noch mal ein bisschen ab. Ich sammle noch mal ein bisschen Portfolio. Ich verbessere meine Skills und wenn ich dann soweit bin, dann mache ich da mehr draus. Weil ich sage dir offen und ehrlich, wie es ist, dieser Tag wird niemals kommen. Du bist an sich nur noch eine einzige Entscheidung davon entfernt, ob du mehr daraus machen möchtest oder ob du es so laufen lassen willst. Und egal, ob das Ganze aktuell nur ein Hobby für dich ist, eine große Leidenschaft, dein Beruf mittlerweile oder oder. Du bist immer nur eine einzige Entscheidung davon entfernt, den nächsten Schritt zu machen. Es liegt nicht an deiner Qualität, es liegt nicht an deinem Portfolio, es liegt nicht an deiner Online-Präsenz, es liegt einzig und allein an dir. Mit welchem Fuß bist du heute aufgestanden? Bist du motiviert genug, mehr zu machen oder verirrst du dich im Alltag und lässt es einfach so schleifen und links liegen? Also schau vielleicht auch mal aus der anderen Perspektive, nicht nur aus deiner eigenen, sondern auch aus der Perspektive der Menschen, die in deinem Umfeld sind. Wenn du dich mal fragst, ja gut, wenn ich jetzt für Person X oder Y Bilder oder Filme erstellen würde, könnte sie davon nicht profitieren, wenn ja, in welcher Form? Dann wirst du relativ schnell aufmerksam darauf, dass die Qualität, die du lieferst, wirklich einen enormen Unterschied macht zu dem, was die Person selber in der Lage wäre herzustellen. Mal vollkommen unabhängig davon, dass da natürlich noch viel mehr hinter steckt. Also wenn wir uns jetzt als Beispiel mal so einen Imagefilm anschauen. Erstens ist logisch, dass man den nicht mit dem Handy drehen kann, aber selbst wenn. Wie sollte man den schneiden? Wo sollen Laie jetzt Ahnung davon haben, wie ein Storyboard zu erstellen ist oder was wichtige Inhalte von so einem Film sind und so weiter und so fort. Also nicht nur, dass deine Interessenten vielleicht schlecht in der Lage wären, das Ganze umzusetzen, können manche sogar gar nicht sich selbst helfen in irgendeiner Form mit dem, was sie da haben. Das heißt also, sei nicht nur gut zu dir selbst und starte heute, sondern sei auch gut zu den anderen Menschen um dich herum und schaffe für sie einen wirklich großen Mehrwert. Außer dir gibt es auch noch ganz viele andere, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und wir haben bei uns eine super große Community an Fotografen und Filmemachern, die alle diese Entscheidung bereits getroffen haben, dass sie mehr daraus machen möchten, schauen möchten, wie sie weiter nach vorne kommen können, wie sie spannende Projekte für sich gewinnen können. Und wenn du Teil davon werden möchtest oder mal schauen möchtest, wie das Ganze im inneren Kreis quasi aussieht, wie es sein könnte, umgeben zu sein von Personen, die auch motiviert sind, die weiter nach vorne kommen möchten, Dann verlinke ich dir hier mal ein Video von unserem letzten Sommerfest, wo wir gemeinsam über die Situation des Einzelnen geschaut haben, geschaut haben, okay, wie ist es möglich, als Fotograf oder Filmemacher seine Dienstleistung vernünftig zu vermarkten, sich wohl damit zu fühlen, seine Persönlichkeit gut widerspiegeln zu können und trotzdem gleichzeitig genügend Zeit für kreative Projekte zu haben. Schau dich dort gerne mal um. Und wenn du die Entscheidung bereits jetzt getroffen hast, dass du mehr aus deiner Leidenschaft machen möchtest, dann trag dich sehr gerne bei uns über die Website www.edmond-rätsel.de für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Dann ruft dich jemand aus unserem Team an. Wir schauen ganz genau mal, wie ist deine aktuelle Situation? Wie ist dein Ist-Zustand? Was genau machst du? Wo möchtest du hin? Was hast du für Ziele? Und dann schauen wir, was eine passende und angemessene Strategie für dich ist. Und ja, ich würde sagen, wir freuen uns von dir zu hören. Zur Stil-Ikone. Yeah. Edmund Rätsel-Dee. Der Weg zum Wohnen und viel mehr. In die Zukunft. Bereit für ein Kennlärmgespräch. Oh yeah. Erfolg ist mein Name. Shoot wie ein Profi. Bilder zum Leben erwecken. Filme, Macher, Motivation. Wee. Klick auf Edmund Rätsel-Dee.